Hallo zum Bellini Hunde Physio Adventskalender. Habt ihr euch schon mal gefragt was das hier bei eurem Hund ist? Viele denken ja, dass das ein Knochen wäre, aber wenn wir jetzt mal hier beim Skelett schauen, da ist ja kein Knochen. Und zwar ist das hier, was ihr hier fühlt bei eurem Hund, könnt ihr mal spüren, das ist die Achillessehne. Ich hoffe ihr habt wieder was gelernt bei unserem Video.